willkommen zu nicht Atlantic Fleet also hallo und herzlich willkommen erst mal nicht zu Atlantic Fleet und auch nicht zu Minecraft wie ich gerade eben zu meinem Freund geschrieben habe zu diesem Freund Moment ja da geht es auch schon weiter ich muss eben einen kleinen Cut machen ihr seht ich hab die Botar Grün ich will mir auch Andrei Andrei Perowanski schreibt sie nicht kontrara ok wahrscheinlich Daumen hoch gesendet sorry nein ich krieg's nicht weg wahrscheinlich jetzt hätt ich kacken müssen der wird einsam Kim Kimmik schreibt Pink Schlipp zurück in eurem Lach vorher hergekommen seid ja das Spiel geht ja um die ganze Welt also wir schwimmen meine Montecuculi ich mach eben mal schnellen Cut und sehen wir sehen uns dann im Battle wieder ja und da sind wir auch wieder bei Atlantic Fleet äh Quatsch bei Atlantic ich spiele so auf die Atlantic Fleet haben wir Deutschland 1935 in unserem Team wir haben eine Montecuculi also mich eine Navigatorie wir haben einen Zerstörer 1934 irgendein Schlagschiff? Nö na warte das kriegst du jetzt reicht so jetzt guck mal hier vorne das von dem Gegner Team eine Notenden Mürung Schnauze darüber wie es heißt ist mir egal eine Zerstörer 34 und eine Amazon 39 werden wir schaffen wir müssen auf jeden Fall wir sind die Kreuzer wir sind dafür da dass wir wenn es Schlagschiffe da sind Zerstörer und Kreuzer weghauen du Arschloch die geht auf meine Kosten ok die geht auf deine Kosten Karte ok ich muss auf die nach der Wir sind auf die öh die Mürung Mürung nicht die Mürung 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 ich bin mir lass meine Mürung ich bin meine Mürung die Mürung Wir sind unter heavy fire! Wir sind unter heavy fire! Piss dich! So und das passiert wenn unsere Destroyer nicht aufpassen. Das machen wir auch mal so. Vielleicht kriegen wir die. Messer. Bessliche amazon macht hobes. Wir sind aber ziemlich lang, wie ich gerade merke. das wäre jetzt ziemlich ungünstig deutschland ist ja gut wenn die kommen die joko dann ist unbedingt hier weg weil er kommt jetzt topsy topi und ich mag nicht gern topi topi ist doof habe ich nicht toll ja so ich musste gerade gucken jetzt kann ich auch die fresse im euro dreh wenigstens rein ja schade wir haben nichts geschafft deutschland wir machen jetzt eben ich mache eben so und da sind wir auch schon wieder bei einer freundlichen oder im hauptmenü von der freundlichen wir haben natürlich noch eine brocklin ich werde mal zeigen die fähig auf blocken setzen kann und ich kann hier sogar Level 23 schon machen dann mache ich das mal dass ich glaube was verändert wo jetzt sich die Grafik gerade verändert oder nicht findet ihr nicht auch dass da gerade irgendwas besser geworden ist also ich finde es was ist denn jetzt passiert was weiß was weiß wo ist ne hä wo kommt das denn so ist jetzt alles gerade ein bisschen schöner geworden wenn nicht haben wir da noch die flotte ttf ttf titanfall so danke ich lief mal was 7656 lag lag da bin ich auch schon wieder es muss gerade irgendwie ich wollte dass da lief mal was ging gerade nicht ich ja ich das war es auch erst mal wieder für diese vor ja 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 da